Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Donnerwolle diesen Stein kaputt macht, deswegen habe ich es gar nicht erst probiert. Es gibt garantiert wieder irgendeine Bombe, die das kann. Es gibt in jedem Mega Man Bomben oder irgendwie sowas in der Art. In so ziemlich jedem inzwischen. Okay, hi. Das habe ich vergessen. So, hier warten. Schön mittig, dann passt es auch. So. Mensch, wir sehen Gebiete gerne doppelt. Hey, wuhu. Party Hard. Wow, wie habe ich den denn schon wieder? Oh Gott, das hier nochmal. Hui, jei, jei, jei. Durchdashen, ouch. Tut gut. Tut wahnsinnig gut. Gib mir das. Nein. Oh Gott. Und das tötet mich bestimmt instant. Ich sehe das doch schon kommen. Ich will doch nur den da hinten. Was kommt denn da? Yo, ich habe Freunde mitgebracht. Wollte auch spielen, ja? Komm her. Natürlich. Oh, fuck. Ich sollte einfach weitergehen. Ich habe irgendwas bekommen. Irgendwas Gutes. Irgendwas... Ne, gar nicht wahr. Waffenenergie. Ich glaube, ich muss den E-Tank gleich benutzen. Was ist das denn? Weil ich schon wieder gestorben bin. So, wieder hoch. Und so. Das ist echt eine hässliche Miststage. Warten. Hoch, 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 hoch. Go, 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 go. Warten. Hier ist das eklig. So. Erstmal auf dich da drauf halten. Ai, 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 ai. Was ein Stress. So. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich fühle mich auf der zweiten wenig sicherer. Ja, bi, ja, bi, ja, bi, ja, bi, ja, bi, ja. Nein. Oder auch nicht. So, versuchen wir das nochmal sinnvoll. Hier rüber. Dann hoch. Wow, das sah schon fast gut aus. Geh kaputt. Geh einfach kaputt. Bitte sag mir, dass hier der Boss... Das ist nicht der Boss. Meine Fresse. Ganz ehrlich. Es war immer so, dass die schlimmen Stages dann total einfache... Was soll denn? Aber wie lange geht denn die Stage-Alter? Nein. Natürlich blocken die alle Schüsse für dich, du Mistding. Schon wieder. Ey. Schnell durch. Boss-Tür. Ey, ist mir egal. Wie viel Leben habe ich noch? Wenn es jetzt nicht mein letztes Leben ist. Danke. No-Hit-Challenge. Solarmann. Ab dafür. No-Hit. Passt auf. Ich zeige euch das jetzt. Achso, der lädt sich an mir auf oder so. Ah ja. Okay. Und wenn ich ihn dann nicht anschieße, dann ist das nicht ganz so fies. Gut zu wissen. Ich wüsste aber trotzdem gerne, ob das Pumpenschild wirklich das Richtige ist gegen den Typen hier. Das wäre ganz angenehm. Das wäre wahnsinnig angenehm. Wow. Komm mal her. Roms, Roms. Roms. Danke. Ganz ehrlich. Nee. Nicht nach der Stage. Gott, war die hässlich. Oh, war die böse. Das war das böse, böse, böse. Böse. Bäh. Eklig. So viel dazu. Er wird orange. Solar orange. Das ist irgendwo kein Kontext. Solar Blaze. Wahrscheinlich so ein Teil, was ich dann irgendwo... Ja. Ich habe noch keine Waffe gefunden, die ich mir auch nur annähernd nützlich vorstellen kann. Shop. Hi. What up, Reggae? Gebt mir mal nen E-Tank. Denn wir denken voraus. Man weiß. Riley. 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 Solalman. Feuer. Chillman. Ice. Ab dafür. BuddledDC. BuddledDC. BuddedDC. Nur zum Ende hin wird... Oh. Oh, ist das... Das sind Pyramiden. Eis. Pyramiden. Scheemann. Oh Gott, die komplette Stage. ist rutschig nein ist es abartig aber mich stört immer noch dieser fakt mit dem mit dem nicht laufen können beim schießen oder ich muss einfach irgendwas anders machen als es gerade mache kaputt so aber auch noch so ein schneemann ich bleibe hier stehen aber du wirfst keine schnee bälle köpfe schneemann köpfe auf mich ich wette es ist wieder so konzipiert dass ich den von hier oben treffen kann das so das wollte ich nicht das wollte ich nicht lass die heile base lasst die heile okay wenn ich drauf stehe brechen sie ein wenn ich noch mal drauf lande und abspringe sind kaputt das heißt jetzt kaputt jetzt kaputt jetzt kaputt jetzt kaputt jetzt kaputt okay ich habe nicht dahinter total verstanden so perfekt ja ich dachte mir nämlich schon so was dass das hier irgendwo interessant werden ouch ich bin so tot da habe ich nicht aufgepasst ich habe nicht runter geguckt das war blöd von mir guckt mich an ich bin wahnsinnig unfähig und gierig hinter schrauben her rams 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 ok was aber schon wieder schönes ist ich rutsche immerhin während ich schieße weiter gut zu wissen waffenenergie die ich absolut nicht brauche denn ich habe keine waffe benutzt so einfach so ein bisschen rambo mäßig dadurch kann schon was kann aua das kann schief gehen wow jetzt 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 übertreibe jetzt übertreibe ich es gerade wirklich das ist der hammer okay kopf wieder einschalten und richtig spielen bitte denn das war nicht schön was ich da jetzt bisher gefressen habe hier landen ich hätte so geschrien wenn jetzt irgendwas wichtiges hätte fallen lassen hier landen oh gott das war knapp so das kaputt schießen gucken gucken und verstehen die doch ab okay da 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 mhm ähm treble geh weg treble hi hahaha so schön das ist so toll dieser hund oh treble Pling! Hi! Rums, rums. Ich liebe diesen Hund. Das ist der beste Hund der Welt. Ohne Witz. Er ist so toll. Leben, 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 Leben. Energie, Energie. Hin! Oh, dieser Dash. Base ist toll. Ganz ehrlich, wer spielt denn freiwillig mit Mega Man, wenn er sowas cooles hier hat? Oh, ist das geil. So. Einfach drauf. Einfach drauf. Hi! Na? Es geht. Ich bin Base. Du machst mir nicht viel. Einmal Travel aufladen. Ich glaube, es dürfte Travel gewesen sein. Könnte bei den Wiley Stages natürlich problematisch... Oh Gott. Sind das die 210? Oh Gott, der tickt aber recht schnell, ne? Hier ist ein Reppentank. For free. Dankeschön. Alles, was gratis ist, sollte man mitnehmen. Oh, der ist traurig. Das ist mir nie aufgefallen, dass der dann so ein trauriges Gesicht macht. Das ist gemein. Das ist... der Arme. Okay. Einfach erstmal hier durchheizen. Schön draufhalten. Ja. Die große Lebensenergie nehme ich doch gerne mit. Hier einmal draufhalten. Nein. Letztendlich ist mir mit Base eh alles egal. Von daher kann ich da auch schön durchheizen. Noch mehr Lebensenergie abgreifen. Das einfach mal. Mut will ich noch mit zerstören. Okay. Und der macht die ganz gerne selber kaputt. Das ist das erste Mal, dass wir diese Springviecher hier gesehen haben. Das hat irgendwie trotzdem nix gebracht. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, jetzt ist aber okay hier. Jo. Und das sind diese... Oh, okay. Okay. Die machen alle die Eisblöcke kaputt. Na, das ist na toll. Das ist jetzt ne tolle Sache. Uh, Eierraketen. Hörst du auf damit, du Sack. Die kommen generell hinter mich. Einfach schnell durch. So. Ich glaube, das ist echt hier das Sinnvollste. Bevor der Kerl alles... Oh, wow. Neh mich mit. Neh mich mit. Und... Oh, ich wollte mich gerade ducken. Ich wollte mich gerade in einem Mega-Mensch-Spiel ducken. Ich kann dashen. Aber das war's. So. Hüpps. Hi. Mach dein Ding. Mach dein Ding. Ist total cool von dir. Äh. Mach du auch mal dein Ding. Ist total cool von dir. Aber ich mach mein Ding. Hi. Wow. Wow. Solar Flare. Chillin. Okay. Chillin. Was auch immer diese Dinger sind. Hi. Wie funktionierst du? Hm. Hatte irgendwie gehofft, der springt. Oh, okay. Das ist gar nicht mal so gut. Da kann ich den auch einfach runter. Bärser. Kann ich das irgendwie wenigstens... Ich weiß jetzt nicht, ob das die Schwäche ist. Es hat auf jeden Fall die Stacheln ganz angenehm weggemacht. Wenn ich jetzt nicht allzu dumm spiele, dann kriege ich den auch, wollte ich sagen. Und dann nutze ich die falsche Waffe. Wow. Wow. Okay. Das Ganze mal ohne Solar Flare. Denn das war anscheinend nicht die richtige Waffe. Raum, 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 Raum. Okay, das kann ich. Das wird gegen ihn aber wahnsinnig schwer. Denn wenn ich das richtig sehe, entweder werde ich eingefroren. Oder er legt diese Stacheln, ja. Und da mache ich dann auch. Okay, er macht immer einen auf den Boden irgendwo hin. Und dann springt er oder sowas und macht einen an die Wand. Ich wurde wieder getroffen. Oh, fuck it. Fuck, 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 fuck. Was sagen meine Leben? Eins. Die Frage ist, nein. Ist es mir den E-Tang noch nicht wert? Ich probiere es nochmal. Okay, der ist fies. Hallöchen. Hallöchen. Ich habe ihn nicht verstanden. Der Eisboden macht mich fertig. Was ich aber verstanden habe, ist, dass ich am Anfang gut draufhalten kann. Hier kann ich wahnsinnig gut draufhalten, wenn er feuern will. Oder auch... Ja, natürlich. Okay. Ich muss einfach den Dash besser benutzen. Dann passt natürlich... Oh. Der kann mich direkt wieder einfrieren. Was ist das denn für eine unfaire Sau? Alter. So. Ja, natürlich. Ich friere es mich einfach wieder ein. Ist klar. Nein. Nein, 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 nein. Dieses Panik... Panische... Doppelspringen-Drücke von mir ist auch nicht gut. Einfach drauf, danke. Fick dich. Misting. Boah. Ne. Ein Arsch. Ein Arsch von Boss. Bäh. Das macht 4 von 8. Und bei Mega Man 9 gab es jetzt Story-Inhalt. Ich denke aber, dadurch, dass ich Bass spiele, wird der einfach übersprungen. Der Chill-Spike. Stacheln auf dem Boden. Na, wundervoll. Oh mein Gott. Shop.